Könntest du das tun, ich wundere? Könntest du diejenigen, die schlussendlich nach Entschuldigung schlafen? Du machst nach allem Eternität für alle anderen. Jetzt, nimm es in deinen Händen, für das Endlichste jetzt, für das, was du so möchtest. Wenn ich mit der Szene mal eine andere Frisur hätte verpassen sollen, wenn man schon keine Physik-Engine dafür hat.